Wir haben jetzt also gesehen, dass bei Multiply scheinbar nur die dunklen Stellen eines Bildes das andere Bild beeinflussen. Die hellen Stellen oder die weißen Bereiche, die haben kaum einen Einfluss. Und woran das liegt, das möchte ich Ihnen also im Folgenden erklären. Dafür erzeuge ich mir mal einen neuen Mixnode und verbinde den mit diesem Viewernode. Und bei diesem Mixnode, da lasse ich das jetzt mal gerade so, wie es hier eingestellt ist. Also wir haben hier zweimal einen weißen Input und da hier Mix eingestellt ist, wird hier weiß über weiß gelegt. Und auch wenn ich diesen ersten Input auf schwarz stelle, dann bleibt das hier weiß, denn hier wird zu 100% dieses weiße Bild über das schwarze Bild rübergelegt. Wenn man jetzt aber hier diesen Mixnode umstellt von Mix auf Multiply, dann haben wir hier auf einmal ein schwarzes Bild. Und das liegt eben daran, wie diese Pixelwerte miteinander verrechnet werden. Wir können uns das nochmal anschauen im Viewernode. Also wenn ich jetzt mal hier reinklicke, das ist jetzt schwarz, also das heißt, der Pixelwert ist 0. Also Farbwert 0 ist ein schwarzes Bild. Wenn ich hier nochmal Mix einstelle, dann ist es ein weißes Bild. Und wenn ich hier reinklicke, dann sieht man, hier der Farbwert ist 1. Und mit diesen Farbwerten kann man jetzt rechnen. Und zwar, wie der Name schon sagt, zum Beispiel multiplizieren. Und die Formel würde jetzt hier lauten, ich habe hier ein schwarzes Bild, also ein schwarzes Input, deswegen wäre das 0. Also wenn ich nochmal mit meinem Grease Pencil hier reinmale, dann haben wir 0 multipliziert mit 1. Also hier 0 schwarz 1 weiß. Und das Ergebnis ist natürlich immer noch 0, denn 0 mal 1 ist 0. Logisch. Wenn jetzt hier bei Multiply das erste Bild auch weiß ist, dann hat man die Formel 1 mal 1. Und das ist natürlich immer noch 1. Deswegen ist hier jetzt auch das Ergebnis weiß. Wenn jetzt hier das zweite Bild zum Beispiel so grau ist, dann ist das Ergebnis dann natürlich 1 mal 0,5. Und das ist 0,5. Und deswegen ist dieser Effekt Multiply wunderbar geeignet, um Bilder abzudunkeln mit bestimmten Bildbereichen. Denn hier, wenn wir uns nochmal die Amplion Occlusion anschauen, dann haben wir hier Bildbereiche, die sind dunkler. Also hier zum Beispiel 0,5. Wir können hier nochmal reinklicken und sehen, wie der Farbwert ist. Also hier ist es so 0,3, 0,5. Und hier in dem Bereich ist es 1. Und das heißt, wenn hier das zweite Bild mit dem ersten verrechnet wird, dann haben wir hier also, wenn wir uns mal anschauen, 1 mal, ich weiß gar nicht, was der Farbwert ist, 0,28. Also das wäre hier jetzt, Amplion Occlusion war ja hier weiß, 1 mal 0,28. Und das ist natürlich 0,28. Also das heißt, diese Bildbereiche, die verändern das Bild nicht. Nur das, was dunkel ist, das macht das darunterliegende Bild dunkler. Und deswegen ist hier Amplion Occlusion wunderbar geeignet, um hier Bildbereiche nochmal abzudunkeln. Und umgekehrt hatten wir ja gesehen, dass wenn Amplion Occlusion auf Add gestellt ist in den Word Buttons, dann hat das den gleichen Effekt wie Environment Lighting. Denn wenn ich hier statt Multiply diesen Effekt Add, also hinzuaddieren, verwende, auch dann können wir das wörtlich nehmen. Denn hier werden jetzt bei dem Effekt Add, schauen wir uns das nochmal hier an, also addieren, da haben wir jetzt den Wert 1. Und das zweite Bild ist hier 0,5. Also 1 plus 0,5. Und das ist 1,5. Und deswegen haben wir jetzt hier Pixelwerte, die größer als 1 sind. Und die werden natürlich immer noch weiß dargestellt. Also das war nicht 0,5, das war 0,138. Also wenn es hier 0,5 ist, also so, dann ist das jetzt 1,5. Und da 1,5 weißer als weiß ist, wird das auf unserem Bildschirm natürlich trotzdem einfach nur als weiß dargestellt. Und umgekehrt, wenn das jetzt hier schwarz ist, dann würde die Formel lauten, 1 plus 0 ist immer noch 1. Und daher hat bei dieser Ambition Occlusion, wenn ich die hier hinzu addiere, haben dann die dunklen Bereiche kaum einen Effekt. Und nur das, was weiß ist, wird eben hier hinzu addiert. Und wenn ich hier diesen Faktor kleiner stelle, dann wird das eben nur mit 10% gemacht. Und deswegen ist hier der Effekt dann nicht so groß. Aber in dem Fall würde ich jetzt natürlich Multiply verwenden, denn ich möchte einfach nur diese Bildbereiche dunkler machen. Und jetzt gibt es hier neben Multiply und Add noch ganz unterschiedliche Blendwerte. Zum Beispiel Subtract und auch das kann man wörtlich nehmen. In dem Fall wäre das dann zum Beispiel 1 minus 0,5 und das ist dann 0,5. Und so wird einfach mit diesen Pixeln hier Mathematik betrieben, also Pixelmathe, wenn Sie so wollen. Und das kann man eben fürs Compositing einsetzen. Zum Beispiel ist ein ganz beliebter Effekt auch Screen, denn Screen tut genau das gleiche wie Add. Also man kann damit helle Bildbereiche aufhellen, aber dunkle Bildbereiche würden damit nicht verändert werden. Aber der Vorteil hier ist, dass wir keine Werte kriegen, die größer als 1 sind. Also das, was wir hier hatten, das würde hier nicht passieren, wenn ich hier mit Screen 1 und 0,5 als Input habe, dann wäre die Ausgabe immer noch 1, denn bei Screen kann der Wert nicht größer als 1 werden. Und wenn Ihnen das jetzt hier etwas abgehoben vorkommt, dann möchte ich Ihnen zusätzlich zu dieser Ambition Occlusion noch einen weiteren Effekt zeigen, der davon Gebrauch macht. Nämlich stelle ich das mal wieder hier auf Multiply, so, mit 0,1. Das soll jetzt auch mal meinen Input bei den RGB-Kurven ersetzen. Also die RGB-Kurven, die machen ja im Moment noch keinen Gebrauch von dieser zusätzlichen Ambition Occlusion, sodass ich das jetzt ersetzen kann. Mache also hier erstmal das Kabel weg und stecke jetzt die Ausgabe von diesem Node in die Eingabe von diesen RGB-Kurven. Habe jetzt hier also auch in meinen RGB-Kurven diesen Effekt von diesem Multiply, danach kommt dann die Focus und so weiter. So, jetzt erstmal möchte ich jetzt diesen Defocus-Effekt wieder etwas reduzieren, indem ich den F-Stop-Wert auf 22 setze, dass das also etwas subtiler ist. Vielleicht können wir sogar 30 verwenden. So, und was ich Ihnen jetzt hier zeigen will, ist, dass man Bildbereiche auch aufhellen kann, und zwar mit dem Bild selbst. Also, wir haben jetzt hier die Focus-Node und dahinter möchte ich jetzt einen ganz bestimmten Effekt erzielen, nämlich, Sie kennen das ja vielleicht, wenn man ins Licht fotografiert, also dahin, wo es ganz hell ist, dann überstrahlt das manchmal auch die umliegenden Bereiche. Man kriegt hier also so einen Glow-Effekt, wie so ein Glühen. Und diesen Glow-Effekt, den kann man erzeugen, wenn man das Bild mit sich selbst addiert. Natürlich nicht mit dem Originalbild, sondern mit einem weichgezeichneten Bild. So, und das zeige ich Ihnen jetzt mal, indem ich einen neuen Mix-Node erzeuge. Und ich ziehe den jetzt mal über dieses Kabel. Also, der erste Input von diesem Mix-Node ist jetzt das Bild. Und da wird im Moment weiß drüber gemixt. So, und zuallererst möchte ich jetzt mal diesen Mix-Node umstellen von Mix auf Screen. Und jetzt ist das immer noch weiß, denn jetzt wird ja 1 plus 1 zum Beispiel hier addiert. Deswegen ist das Ergebnis immer noch 1. Aber wenn ich das Bild mal mit sich selber verrechne, dann werden jetzt bestimmte Bildbereiche, die vorher schon hell waren, noch heller. Und die ganz dunklen Stellen, die verändern sich also nicht. Zum Beispiel die Füße. So, der Witz ist jetzt aber, dass man hier jetzt nicht das Bild mit sich selber screenet, sondern dass hier zwischen noch ein Effekt kommt. Nämlich zum einen ein Blur-Filter, also eine Weichzeichner-Filterung. Blur, und zwar nehme ich wieder Fast-Gauss. Und zum Beispiel mit einem Blur-Faktor von, versuchen wir mal 30. 30 in beide Bereiche. Und Sie sehen, wie das Bild jetzt hier so milchig wird. Und das liegt eben daran, dass diese hellen Bereiche von meinem Ursprungsbild, die werden jetzt breiter durch diesen Weichzeichner und werden dann über die hier ja noch scharf gezeichneten Kanten von dem anderen Bild drüber gescreent. Sodass ich jetzt hier diesen milchigen Glow-Effekt kriege. Und da normalerweise ja wirklich nur die ganz hellen Bereiche glühen oder diesen Überstrahlungseffekt erzeugen, kann man hier noch den Kontrast erhöhen. Und für diesen Kontrast, da nehme ich wieder die RGB-Kurven. Also jetzt dupliziere ich mir einfach mal diesen Node mit Shift-D, klappe den aus und bringe den hier dazwischen. Ich hätte auch einen neuen RGB-Kurven-Node erzeugen können. Das wäre jetzt kein großer Unterschied gewesen. Aber jetzt schaue ich mir erstmal die Ausgabe hier an. Also STRG-Shift-Links-Klick auf diesen Node, um den hier mit dem Viewer zu verbinden. Und möchte jetzt erstmal den Kontrast erhöhen. Denn im Moment haben wir die Kurven ja nur verwendet, um hier das Bild heller zu machen. So, und jetzt ist es so, dass bei den RGB-Kurven ist hier links unten, es ist dunkel. Also hier ist die Eingabewert für dunkel. Und hier oben ist es hell. Und wenn ich jetzt das Verhältnis von dieser Kurve verändere, zum Beispiel indem ich hier einen neuen Punkt erzeuge, dann könnte ich hier jetzt angeben, dass meine Eingabe, die geht hier rüber und wird viel langsamer hell in diese Richtung als ursprünglich. Sodass ich jetzt hier die dunklen Bereiche dunkler machen kann. Und wenn ich hier diesen Punkt nehme und hier rüber bewege, dann kann ich die hellen Bereiche heller machen. Das ist also eine ganz typische Kurve hier, diese S-Kurve. Das ist eine ganz typische Kurve, um den Kontrast von Bildern zu erhöhen. Und da wir jetzt hier diesen Kontrast erhöht haben, wirkt sich das auch auf den Blur-Node aus, sodass ich jetzt hier viel dunklere Dunkelheiten habe und die Helligkeiten, die sind eben heller. Sodass, wenn ich mir das jetzt anschaue, ist dieser Glow-Effekt viel stärker da, wo es vorher hell war und die dunklen Bereiche, die sind davon eben nicht so sehr betroffen. Und das Schöne bei diesen Nodes ist, wie Sie sehen können, dass man hier also ganz interaktiv nach und nach sich an sein Ergebnis rantasten kann. Also jetzt kann ich hier die dunklen Bereiche noch dunkler machen, die hellen Bereiche vielleicht etwas weniger hell und anschließend kann ich noch den Faktor verringern, sodass jetzt hier nicht so stark drüber gescreent wird, sodass jetzt hier dieser Glow-Effekt viel dezenter ist. Und so kann man sich also diese Mix-Nodes und diese verschiedenen Filter zunutze machen, um einen völlig anderen Eindruck von diesem Bild zu erzeugen. Und wenn man das jetzt speichern will, natürlich darf man nicht vergessen, dass die End-Ausgabe, die man jetzt hier im Viewer sieht, dass man die noch hier in den Composite Output steckt. Doch was, wenn ich jetzt nicht nur ein einzelnes Objekt, sondern zum Beispiel unseren Character farblich einpassen will? Der besteht ja aus zwei Objekten, also aus dem Körper und dem Hut und theoretisch könnten das noch viel mehr Objekte sein. Also was, wenn ich jetzt ganze Gruppen von Objekten anders behandeln will als andere Objekte. Dann kann man natürlich mit diesen ID-Mask-Nodes hier arbeiten, aber das wird dann sehr schnell unübersichtlich und deswegen kann man jetzt hier dafür die Ebenen verwenden. Dafür gehe ich jetzt nochmal hier aus dem Fullscreen-Modus raus, also back to previous und jetzt möchte ich hier die Objekte nach Ebenen verteilen. Also zum Beispiel haben wir hier unseren Character, der ist im Moment auf welcher Ebene ist er denn eigentlich? Aha, also auf Ebene 2 und das ist auch wunderbar, denn Ebene 2 kann ich jetzt separat rendern und dieses separate Rendern, das macht man mit den Render Layers und wir haben ja schon eine Render Ebene hier eingestellt und jetzt schauen wir uns erstmal nur an, was ist auf Ebene 2. Also auf Ebene 2 ist der Character und leider auch der Teppich und die Gläser, deswegen wähle ich die mal schnell aus und bewege die auf Ebene 3, damit wir unseren Character separat haben. Also M, Move to Layer 3 und damit sind jetzt diese Objekte erstmal verschwunden. Also auf Ebene 2 ist jetzt ausschließlich hier unser Character. So, wenn ich das jetzt rendern würde, dann wäre es natürlich jetzt keine Überraschung, dass wir ausschließlich unseren Character sehen. Das heißt, wenn wir ihn überhaupt sehen, denn im Moment haben wir die Lampen ja nicht auf dieser Ebene. Das heißt, es wäre wahrscheinlich dunkel. So, aber um jetzt die anderen Objekte wieder zu sehen, muss ich natürlich diese Ebenen noch aktivieren, sodass jetzt alle Objekte wieder hier auftauchen und wenn ich das jetzt rendere, dann kriegen wir das gleiche Ergebnis wie hier, also alles ist sichtbar, aber genau das will ich ja nicht. Ich möchte ja den Character separat haben. Und dafür kann man jetzt hier diese Render Layer Einstellungen verwenden und zwar haben wir also einmal hier diese Szenen, also die Szenen Layer Buttons und das sind die identischen Buttons wie die hier. Also das ist genau das gleiche. Was ich hier einschalte oder ausschalte, das ist identisch mit dem hier unten. Also das sind die 3D Ebenen Buttons. Und jetzt gibt es aber noch die Layer Buttons, also die Render Layer Buttons und im Moment sind die hier alle angeschaltet. Und das bedeutet, dass egal was hier eingestellt ist, das wird immer mitgerendert. Und das kann man jetzt aber auch beschränken, sodass jetzt die Render Layer namens Render Layer nur die Ebene 1 rendert. Und jetzt ist hier zwar noch alles aktiv und auch hier natürlich die Szenen Buttons sind alle noch angeschaltet, aber hier ist jetzt nur Ebene 1 ausgewählt. Und schauen wir nochmal kurz, was ist auf Ebene 1? Schaue ich mal hier nach. Also auf Ebene 1 ist mein Zimmer, aber ohne Teppich, ohne Gläser und ohne Character. So, wenn ich jetzt diese drei Ebenen nochmal anschalte und das jetzt rendern würde, ich mach einfach mal, ich rendere das jetzt mal, also wir haben diese drei Ebenen eingeschaltet, aber hier nur Ebene 1 an. Und daher sehen Sie jetzt die Render Layer, die hat nur eine bestimmte Ausgabe, nämlich alle Möbel, keinen Character, keine Gläser, aber interessanterweise haben wir trotzdem hier auch den Schatten, die Ambition Occlusion von Gläsern und von dem Character. Und selbst hier drüben haben wir jetzt den Schatten, den der Teppich wirft, ohne dass wir den Teppich sehen. Das ist jetzt erstmal etwas merkwürdig, aber das erlaubt uns dann natürlich, den Character separat auf seiner eigenen Ebene zu rendern und später hier einfach dann drüber zu setzen. Und das machen wir jetzt. Also, das ist das Zimmer und jetzt brauche ich noch eine zweite Renderebene, deswegen klicke ich hier auf das Plus und das ist unser Character. Und wir wissen ja, unser Character, den haben wir auf Ebene 2 abgelegt. Deswegen aktiviere ich jetzt zum Rendern für die Renderebene Character ausschließlich Ebene 2. Und das rendere ich jetzt auch. Und wenn ich Image, also wenn ich jetzt das rendere, dann werden beide Renderebenen berechnet, aber separat. Und jetzt sieht sich ein kleines Problem. Also es wird gerade dargestellt, die Renderebene namens Character, aber Sie hatten schon gesehen, dieser Character ist nicht beleuchtet. Und jetzt schauen wir uns mal erstmal hier diese Renderebene an. Also hier, das ist die Renderebene namens Zimmer. Hier. Und die können wir aber auch ändern in Character. Aber das mache ich jetzt mal nicht, sondern ich dupliziere diese Renderebene mit Shift D und ändere die jetzt von Zimmer zu Character. Und hier haben wir jetzt unseren Charactersitzen. Allerdings ohne Licht und die Beine sind sichtbar. Ich schalte jetzt erstmal das Licht wieder an. Also um das Licht einzuschalten, muss ich diese Lampen von Ebene 1 auch noch auf Ebene 2 bringen. So, ich gehe mal Fullscreen und Wireframe und könnte jetzt ja nacheinander alle Lampen auswählen, aber um das Ganze zu beschleunigen, drücke ich jetzt Shift G. Und das ist der gleiche Befehl, den wir auch schon aus dem Edit Mode kennen, nämlich Select Grouped. Also im Edit Mode konnten wir zum Beispiel auswählen Coplanare Faces, aber hier möchte ich jetzt Grouped auswählen, nämlich Objekte vom gleichen Typ. Und da ich jetzt hier schon eine Lampe ausgewählt hatte, werden jetzt damit alle Lampen ausgewählt. So, diese Lampen sieht man hier unten, die sind alle auf Ebene 1. Deswegen drücke ich jetzt M, Move to Layer, halte die Umschalttaste gedrückt und bewege diese Lampen jetzt auch noch auf die zweite Ebene. Und da wir später die Gläser auch noch rendern wollen, auch noch auf Ebene 3. So, dass diese Lampen jetzt alle drei Renderebenen beleuchten können. So, bestätigen und hier jetzt wieder rausgehen und nochmal rendern. So, wir haben jetzt hier wieder diesen Hintergrund, aber der Character ist beleuchtet, wie Sie hier sehen. So, das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nichts weiter zu machen, als diesen Character vor den Hintergrund zu setzen. Und ich lösche jetzt mal diesen Defocus Node und diesen Blur und diesen ganzen Kram. Und vielleicht lösche ich ihn nicht, ich schneide hier einfach durch und bewege den mal woanders hin. Den brauchen wir jetzt mal gerade nicht. Also, der kommt hier hinten hin. und stecke jetzt erstmal hier die Color, also das hier, in die RGB-Kurven. Also so. Und das ist jetzt unser Hintergrund. Beziehungsweise, Entschuldigung, ne, ich schneide hier nochmal durch und die RGB-Kurven, die kommen ganz am Schluss. Also, das ist unser Hintergrund und hiervor soll jetzt der Character. Den haben wir ja hier in der zweiten Render-Ebene. Und, ja, jetzt könnte man ausprobieren den Mix-Node. Also Color Mix, erster Input, zweiter Input. Aber das funktioniert nicht. Jetzt könnte ich zwar noch diesen Button aktivieren, damit der Alpha-Kanal noch mitverwendet wird, aber es gibt einen Node, der wirklich dafür gemacht ist für diese Art der Operation. Deswegen lösche ich das jetzt nochmal und nehme stattdessen statt Mix nehme ich den Alpha-Overnote. Und dieser Alpha-Overnote, der verwendet von Haus aus den Alpha-Kanal von einem Bild. Also, ich habe jetzt hier erstmal mein Hintergrundbild, das kommt in den ersten Input natürlich. Und dann habe ich hier meine Render-Layer und in dieser Ebene habe ich noch einen Alpha-Kanal. Sie sehen ja hier dieses Schachbrettmuster, das mir anzeigt, dass hier ein Alpha-Kanal ist. Den kann man sich auch im Backdrop anzeigen lassen, wenn ich hier mal auf diesen Button draufklicke. So, also jetzt sehen wir hier das Bild mit Transparenz. So, und diese Transparenz berücksichtigend nehme ich dieses Bild und lege das über dieses erste Bild, also über meinen Hintergrund mit dem Alpha-Overnote. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann funktioniert das schon fast, aber leider haben wir hier einmal diesen Umriss und dann ist natürlich hier der Charakter vor dem Tisch und das darf ja nicht passieren. So, dieser Umriss, der liegt an diesem Oversampling und an der Tatsache, dass wir vor einem Himmelshintergrund gerendert haben, und deswegen muss ich jetzt noch zwei Sachen einstellen. Zum einen muss ich in der Renderebene von dem Charakter dafür sorgen, dass der Himmel nicht mitgerendert wird. Also der Himmel, der wird ja entweder erzeugt durch den Welthintergrund oder in dem Fall jetzt durch die Einstellungen Sky and Atmosphere von der Sonne. Und damit das nicht mitgerendert wird, kann ich jetzt hier das Häkchen bei Sky rausmachen, damit die Sky, also der Himmel, nicht mitgerendert werden. Und damit kann ich diese weiße Umrisslinie vermeiden. Und die zweite Sache, die wir hier ganz dringend ändern müssen, ist natürlich, dass der Charakter hier hinter dem Tisch sitzen muss. Das heißt, irgendwie müssen wir die Beine ausmaskieren. Und zwar genau da, wo der Tisch ist. Und dieses Maskieren, das kann man tun, indem man die Mask Layers, also die Maskenebenen verwendet. Es wird natürlich schon komplex langsam, das gebe ich zu, aber das ist ganz wichtig, denn hier können wir jetzt angeben, dass die Ebene 2, also der Charakter, den wir hier rendern, dass der ausmaskiert wird mit den Objekten, die auf Ebene 1 liegen. Denn auf Ebene 1, wissen wir, haben wir unser Zimmer und auch den Tisch. Das heißt, die Informationen von diesem Tisch, die können wir uns jetzt zunutze machen und ohne, dass der Tisch jetzt in Ebene 2 gerendert werden würde, können wir jetzt diese Ebene 1 verwenden, um genau diesen Bereich in der Ebene 2 auszumaskieren. Sodass, wenn ich das jetzt rendere, ich jetzt hier ein Loch habe in dieser Ebene. Also das sieht jetzt völlig korrekt aus, aber wenn man sich mal den Charakter einzeln anschaut, dann hat der hier einfach ein Loch und zwar genau da, wo der Tisch sein würde. Und da ich hier ja mit dem Alpha-Kanal, den schaue ich mir jetzt mal an, das ist hier dieser Alpha-Kanal, also da ich mit dieser Information unseren Charakter über den Hintergrund drüber lege, ist da, wo der Tisch ist, ein Loch und deswegen funktioniert das hier. So, jetzt fehlen natürlich noch die Gläser und das ist jetzt ganz einfach, also neue Ebene, Gläser und da die Gläser nur auf Ebene 2 sind, mache ich hier ein Häkchen und damit auch diese Gläser keine weiße Umrisslinie kriegen, wird auch hier der Himmel ausgeschaltet und jetzt rendere ich das Ganze nochmal, allerdings gucke ich vorhin nochmal kurz die Kamera und verschiebe dieses Glas, damit das mit diesem Tischtuch nicht so merkwürdig aussieht, also so und das Ganze nochmal rendern und auf diese Weise können wir jetzt hier unser komplettes Bild zusammensetzen. Also wir haben jetzt Hintergrund, Character und es fehlen noch die Gläser. Also dupliziere ich mir diesen Alpha-Overnote mit Shift-D und setze den direkt hier hinter auf diese Linie. Denn da wir jetzt ja hier Hintergrund und Character zusammengebracht haben, fehlen jetzt noch die Gläser und die Gläser kommen jetzt über das Ergebnis von diesem Node. Also das ist mein neuer Hintergrund, der kommt hier rein und hier kommen jetzt die Gläser hin. Also gehe ich hier hin, sage Shift-D und wechsle dann hier die Render-Ebene von Character zu Gläser. Jetzt haben wir hier die Gläser und den Teppich und die können wir jetzt beide nehmen und hier wieder drüber legen. Und damit haben wir unser Bild wieder zusammengesetzt. Wenn ich nicht vergessen hätte, hier auch noch eine Maske einzustellen. Also, das mache ich jetzt nochmal schnell. Mask-Layer ist natürlich auch die Ebene 1. Da, wo dieser Tisch auch drauf ist, ist er hier auf Ebene 1 und der muss natürlich vor dem Teppich sein. Deswegen muss auch die Ebene Gläser von meinem Hintergrund, wo auch in dem Fall dieses Vordergrund-Objekt drauf ist, maskiert werden. Also schnell nochmal rendern. Und jetzt haben wir hier auch das korrekte Ergebnis und können jetzt die Farben von diesen einzelnen Render-Ebenen farblich anpassen. Im Fall von den Gläsern, das war jetzt so eine Demo, da will ich jetzt nicht viel machen. Es sei denn, man könnte vielleicht diesen Teppich noch heller machen. Also schauen wir mal. Also, Color, RGB-Curves, bisschen heller machen. Och ja, und so schlimm ist es gar nicht, wenn die Gläser auch ein bisschen heller werden. Okay, also wir haben jetzt das ein bisschen heller gemacht. Klappe ich mal ein, dass es nicht im Weg ist. Und auch den Character, den könnte man farblich anpassen, vielleicht mit den RGB-Kurven. Also, Shift-D, duplizieren, einfach hier drüber legen und damit wird jetzt auch der Character heller und tatsächlich, das sieht viel besser aus. Das gefällt mir also sehr gut und vielleicht könnte man jetzt hier auch farblich noch was machen. Also, wenn ich bei den RGB-Kurven mal umschalte von der Farbe, also C, das ist die Farbhelligkeit, jetzt kann ich hier noch umschalten, dass ich auch die einzelnen Farbkanäle von diesem Bild bearbeite und wenn ich jetzt hier mal das Rot stärker mache, dann wird auch mein Character röter und das ist in diesem Fall gar nicht verkehrt, denn das ganze Zimmer ist ja relativ rot, also ein rotes Sofa, eine pinke Tischdecke, eine rote Lampe, insofern ist es gar nicht verkehrt, wenn auch der Character etwas röter erscheint. So zum Beispiel.